Hallo und herzlich willkommen zurück zu Overwatch, wir haben noch Arcade, also wieder Arcade, mit Mystery Heroes, weil wir wollen ja Lootboxen farmen, wow, Anti-May, danke, zweite May, Mystery Heroes, ne, macht halt einfach Spaß, bisschen Arcade, letzten paar Parts hat man ja das Event gemacht, das reicht jetzt mal für das, für ein Malchen, also können wir das ein bisschen sein lassen, wie zum Fick, irgendwo, kommt, hier, was, Gegners, oh mein Gott, ich bin fast tot, ich lebe noch, alles gut, alles gut, Merci, heilen, heilen, Töte das, töte das, komm schon, gut, haben wir das geholt, dieser Torbjörn hier, nervt ein bisschen, wirklich, was zum Fick, ah, das Torrent, das müsste ja eigentlich bald verschwinden, ich bin auch nahe, klar, am, Dingenskirchen gewesen, der Bastion, wow, was haben wir denn zu vergehen, also, Level 25, sollte man auch nicht so krass sein, außer, er ist ein Zwerf, wie, äh, 80% aller Low-Levelers, aber gut, keine Bastion hooken, und warum auch immer der Bastion da, hin, geht, ne, wow, ich hab sogar diesen Hook verkackt, verdammt, hey, komm schon, ich hab dich, du musst leider nachladen, Dankeschön, willst du mich, auf ihn, wow, was ist mit dieser May, wenn du die coolen Skin habt, den ich haben will, aber trotzdem, die May macht irgendwas falsch, komm schon, ich muss eilen, so, geht doch, na gut, komm schon, nein, 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 uh, puh, da hab ich gehabt, bisschen, kack, das war, das ist ein bisschen, viel, mitsch, wuh, aber das könnten wir doch schaffen, oh, ich hab ihn zu Glück nicht mehr, gehofft, gekriegt, sonst hätten wir da verloren, zack, down, mhm, okay, life is pain, ne, 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 didn't emote so gut Patschi ah schön äh hi Road Rage Wollen wir das? Serious Comp theoretisch fast Zen Solo Heal ist vielleicht nicht das Beste aber trotzdem könnte schlechter sein Ah ich hab verkackt NEIN Muss Mit Healing Also Zen ist tot Ich verkack diese Hooks heute ne Das ist schlimm Muss schnell den Nagel laden So Eh aber irgendwie schaffen sie es trotzdem nicht Mich tot zu kriegen Jetzt wird es gefährlich Jetzt wird es gefährlich Kann schon Wuhuuu What? Nein sterbe Nein Oh Mann Schade Hat einen guten Lauf mit Rodi Zumalwissen Anna Was schön ist auch schon wieder tot? Ah die Simm Simm macht Hat gemacht Höcke schön Die war Die war Die war I'm running Okay gut Und Wer hat die jetzt aufgeweckt? Wer hat die jetzt aufgeweckt? Komm schon Wuhu Könnt ihr Danke sagen ne? Könnt ihr schon ein bisschen Danke sagen Ich warte noch aufs Danke sagen Aber gut Dann nicht Auch gut Ah Er hat mich nicht erwischt Komm schon Wir haben zwei Die war's Fuck Wido da oben Da habe ich jetzt nicht gerechnet Übrigens ich möchte unbedingt die Goldwaffe für Brigitte Die ist so cool Das Schild ist dann auch goldig Die ist so Waa Waaas Äh Verlieben wir jetzt das noch Group upen Waa Wow Das ist nicht so intelligent hier Kommt mal Ja lauf doch alle rein Das ist immer gut Waaas schon Waaas Waaas Warum rennt ihr auch da rein? In dem der Bastion steht Gut der Bastion ist tot Das ist schon mal gut Und sie haben keine Mers Sarja Kann ich auch nicht Huuu Also auch Kann ich nicht Aber es könnte noch praktisch sein Hallo So Boost mich ein bisschen Gut Gehen wir rein hier Das ist ein guter Boost Komm schon Komm schon Ah Noch Sekunde später Schade Gut eben nicht Kann Sarja nicht Junkie Das kann ich Junkrack kann ich Wup 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 Junkie kann nicht Junkie kann nicht Junkie kann nicht Dan 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 Es geht Es geht Ne Na Komm schon Da Junkie kann ich Sag ich ja Zup Wir brauchen einen Heiler Danke dass du uns das sagst Na schon ich brauche auf Healing Prefire Immer schon Prefire Geht doch Das ist wichtig Kann hier noch eine Falle hinsetzen Gut Komm schon Hehehehe Wow 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 Oh Äh Need Healing Bisschen Entschuldigung Solange sie es nicht anders versuchen sind sie selbst schon Ich habe ja da die Minen hinge... LOL Hahahaha 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 Nice gefällt mir Das war jetzt War das Play of the Game Wäre wohl Tefte Schade Hehehe Die eine ist mit dem Falle reingerannt Drecks gestorben Dann noch die 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 Mine Die zweite gestorben Hehehe Wie der Lucia mich noch Dass ihn noch zu mir gepuppt hat Ach Ach Schade Und dann Loopbox noch aufmachen Hab ich gesehen Eine kleine Loopbox Wir haben drei Arcades Das heisst Wir haben eine gratis Loopbox Eine gratis Loopbox Und da ist sie Und es ist nichts Gescheites drinnen Ah gut Dann Cut Und in der Nächste Und So Das sind wir wieder Mit der guten alten Ja alt ist sie eigentlich noch nicht Brigitte Brigitte Hi Ich kann knien Nice skin Brigitte Hehehe Dankeschön Danke Danke Thanks Tanks Fuck Hehehe Hups So Tja Da musste ich mir kaufen Weil Alleine Komm schon Komm schon Ja Limmel Ciao Was auch immer die jetzt gerade vorhaben Ist nicht so intelligent Oh 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 Hehehe Äh Okay Woah Da war ne 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 Widow Aber so lang Zinnig Ah Da kommt ein Bastion Okay Na So Da ist Tod Also müsste das auch gleich weg sein Da ist es weg Hehehe Ah Die haben gerade so überhaupt keine Chance Ich hör was Reaper Ich hol mir die Hey Fuck Nicht getrafft Hehehe Ah Reaper Ich kontre dich Was euch nicht bewusst ist Ziemlich Eigentlich auch Wir können ein bisschen nach vorne Glaube ich Ne 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 Ich hab cooldown Tut mir leid ich kann grad nicht heilen Geh zurück Geh zurück Komm schon Stirb Zack 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 Ist die Orisa tot? Ah der Sonja ist tot Oh mein Gott Okay Okay Wir haben alle Rüstungen und so Fuck Sie haben gerade so überhaupt keine Chance Hehehe Ah Schaut Ich weiss nicht wie ich das halten soll Es ist ja eigentlich nicht so gut Also es ist Lame ein bisschen Was macht diese Hehehe 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 Die hat Spass da Oh mein Gott Hehehe 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 Ist sie Hat sie jemand getötet oder so Ich weiss es nämlich nicht Was Fuck 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 Nein Da bin ich Das war zu viel Schade Hehehe 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 Hat Spass gemacht Mit dir und dem Hündchen Hehehe 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 Okay gut Hat sich erledigt Hehehe 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 Sehen wieder Wenn jetzt den Punkt noch holen Dann bin ich ein bisschen enttäuscht Hehehe 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 Ach Menno Die holen das jetzt wirklich Hehehe Hehehe Mach auf! So, wir müssen ein bisschen sammeln Uh, da war ein Headshot Das geht n Ah, Schenk fest! Puh Wo ist, du bist Ich Konteste mal ein bisschen Ich weiß auch nicht was ihr gerade macht Und so Aber es wäre voll Töfte und so Und nett Und Wuh! Irgendwo ist HNU Wow Da hab ich jetzt so überhaupt nicht gesehen Schade Und jetzt? Ich bin jetzt? Ach ne, doch Hehehe Da hab ich jetzt grad nicht so Bock drauf Aber gut Wenn der Zufall es so will Dann Soll es doch so sein Zack, zack Sie haben noch 1 Minute 40 So, jetzt kann ich euch ein bisschen aufbauen Das Shit Ja, wo sind sie alle? Hi 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 Genji Musst ein bisschen weg Musst ein bisschen weg Wann ich sterbe ist mit Turret weg Wow Kann schon Lass es aufbauen Danke Dank dafür Verdammt Was? You Widow Ist sie tot? Doch sie ist tot Gut Ein bisschen Sombra Action Mit dem Hack Der genervt wurde Jetzt ein bisschen Äh, hi Hi Äh, ich bin weg hier Ich hab's verkackt Fuck Ich treff grad Es ist überhaupt nichts Oh mein Gott Wuh Double Kill Einer Wat? Wie hieß das jetzt? Wie hat das jetzt geklappt, dass ich gestorben bin? Ach Menno Kann es wirklich sein, dass wir das noch verlieren, oder? Ne Gut Puh Also Der haben Mystery Heroes, ne? Ja, war eine gute Widow Muss ich mir sagen War eine sehr gute Widow Ach nee Ja, Goldwaffe Nicht auf geht der Luft War das wirklich das Play of the fucking game? Ach Schade Äh Die war gut, muss man sagen Es ist die gleiche, ja Egal Ich weiß doch nicht mehr Ne, Anna war gut Gehre, Anna war gut Ah Keine Loopbox Ah doch, noch eine Loopbox Das läuft laut Machen wir da natürlich noch auf Haben wir schon alles Na gut, das war's denn für heute Ich hoffe es hat euch gefallen Nächstes Mal wieder einschalten Bis dahin Ciao, ciao 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 A